30 Jahre alt Ja, blödschön, ne? Ja, da steht kein Fett am Witz, aber da stehen sie auf. 30, langsam. Einmal haben sie mich angehalten. Wieso? Habe ich glaube, knappe 40 Jahre alt. Aber das war immer gut. Oder, ich habe gesehen, ich weiß nicht mehr. Ich stehe nicht schon mal hier unten. Dann hast du bezahlt? Ja, können wir bezahlen, aber ich stehe nicht schon mal hier unten. Ah, mit... Marke, ja. Die arbeitet... Meine Ex-Frau, glaube ich. Meine Ex-Frau. Schon lange, lange her. Gabriela. Gabriela. Mit Marc? Da könntest du gerade sagen, die da ist gut. Jetzt auch passend zu fahren, Schatz. Konzentrieren. Da konzentrieren mich immer. Außer wenn ich mich nicht konzentrieren. Schau dir nicken Arsch. Schau dir nicken Arsch, Mann. Du kannst alles sehen. Was? Du kannst alles sehen, Schatz, Mann. Du kannst gerade alle sehen. Dass die nicken Arsch hatte, ja, konnten alle sehen, ja. Ja. Die ist heiß. Die ist heiß. Die ist nicht heiß. Wenn die man draufkriegt, die sehen die sie nicht mehr. Die wollen 200 PS. Die wollen 200 PS. Die wollen 200 PS, glaube ich. Die wollen. 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 Ja. Hier ist ein Laufen. Ich muss mich nicht verraten. Ich muss mich nicht verraten. Ja, ist egal. Ich muss mich nicht verraten. Mach es bitte. Ich muss mich nicht verraten. Ich gesche. Es ist wirklich cool. Oh. Where's send me me?